Und zu unserer Linken sehen wir eine Stadt. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Stadt ist. Oh, komm. Silber krieg ich. Bitteschön. Okay, so kann man das die Polizei austricksen. Das ist schön. Okay, da versuche ich jetzt mal hier Silber zu erreichen. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht gerade das Schwerste.